Aus Wasserziegelstuhl. Ein Päckchen Knitmasse. Was versteckst du denn da? Zeig mal deine Hände. Du, da guck mal. Ach, mach dir keine Sorgen, der wird wieder heil. So, jetzt pass mal auf. Ich weiß überhaupt nicht, wie er heißt. Du kannst es dir aussuchen. Du kannst uns auch empfohlener Ladenpreis nennen, wenn du willst. Friedrich und Friedrich. Ich weiß nicht, wer Luzi nachschlägt. Mir jedenfalls nicht. Klemmt was. Na los, vereilt euch doch. Wie? Nein. Ich kriege dann dafür geschimpft. Fad Thomas. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Und dann kommen dieluence. Ich bin Batman. Ich kanze. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich bin Josh passwords. Ciao, bis zum nächsten Mal.